Yo, shoutout to my boy Mikko came from Germany, dope YouTuber and gave me a gift on his first time coming, man. Cheers, bro. I'm sorry, man. It's always funny. Here, he's right in front of us. If the cops don't hold him right away, then I don't know. Then they're against... you already know. Okay, guys, Joey, come back. Let's see what he says. That guy has a nasty... Yo, what did I say? Oh shit. Did he want to f*** you up? Nah, he's mad tiny, he can't f*** him up. He's so short, he's like this tall. This is a great way to ruin any f***ing bike. A f***ing double parking ticket for $115. What can you buy with $115 in New York City? You can buy a pizza. 115 slices of pizza. You can go out on a f***ing expensive date. You can buy some Adidas sneakers. F***ing outfit. What can you buy in Germany with $115? Also, mit 115 Euro, Leute. Ihr wisst selber, was man damit machen kann. Du kannst essen, gehen mit deiner Freundin, Kino. Schuhe kaufen. Einfach, ihr wisst selbst. Ich kann die買... Ich kann die... ...15 Dollar. Was in der F***? Wut die... Die hätten auch einfach sagen können. Fahr weiter. Er saß hier im Auto. Er hat nicht mal gepackt. Er hat nur kurz gehalten für uns. Und irgendwie haben wir Joey jetzt richtig mies. Aber es war heute nicht Joeys Abend mit uns. Ich denke, dass ein Disney World zu sehen ist, als ein Parking-Ticket in New York zu kaufen. $15, wie viele Pies kann man kaufen? 4. Man kann man 20 Pies kaufen. 17. 13. Ist es 10? 80? Ja. Ja. Wie viele Pies kaufen? Wie viele Pies kaufen? Was ist das? Ja. Du kannst das mit? Ich muss das mit. Was ist das? $14? Du kannst du 14? $14. Du kannst du 14 F***er mit der Schickern. Das ist ein schickern. $14. Du kannst du 14 F***er mit der Schickern. Das ist ein schickern. was geht ab leute heute wieder neues video heute gibt es die room tour es ist schon ein bisschen dunkel deswegen würde ich sagen wir gehen einfach direkt rein komm leon kommt in die hülp ist ein richtig chilliges abhaken was wir uns gebetet haben über airbnb und ist auch cool gemacht hier mit so einem code ab rein ich mach kurz die tür zu weiter geht's für die tür haben wir einen schlüssel der war auch hier drin aber auch ein code so rein in die gute stube würde ich sagen nein spaß leute das hier ist das gutzimmer der flur alles in einem hier haben wir einen kühlschrank hier haben wir einen tisch hier haben wir eine kleine karte von new york mit dem punkt wo wir gerade sind wir sind hier gerade in brooklyn wir sind gestern einfach hier über diese brücke gelaufen und bis hier hoch zum central park und waren überall hier unterwegs und das alles zu fuß das hat mich und leon schon man hat es in den beiden auf jeden fall gemerkt die 20 30 kilometer die wir gelaufen sind ja hier ist eine mikrowelle hier ist ein tisch hier ist das erste badezimmer ja nicht spektakulär toilette dusche ist aber ganz cool gemacht hier ist das zimmer von leon mit dem code hier ist mein zimmer da haben wir auch irgendwie alle sachen abgelagert ich weiß auch nicht warum ist auch mit einem code lag falsch eingegeben jetzt habe ich nicht wundern leute ist unordentlich ihr kennt mich hier überlegen sachen macbook handys badezimmer ist diesmal aber im raum drin ja wie gesagt spektakulär auch unordentlich ihr kennt mich hier die dusche ist aber eigentlich cool gemacht hier auf jeden fall würde ich sagen kommen wir jetzt zum highlight und zwar die terrasse da schille ich auf jeden fall richtig gerne hier ist noch eine couch ich glaube das ist noch nicht ganz fertig was auch immer hier hin soll hier hängen irgendwelche bilder so gehen wir mal raus hier ist glaube ich auch noch nicht alles fertig aber sieht halt trotzdem fresh aus mit den lichterketten hier kann man chillen auf jeden fall richtig entspannt hier ist ein grill den wir nie benutzen werden aber im sommer ist wahrscheinlich richtig chillig hier und ihr seht wirklich das ist hier richtig kalt hier ist einfach ein ganzer eisblock drinnen das ist glaube ich so minus fünf grad ich weiß ich bin im t-shirt aber jetzt kommen wir zum hauptthema des videos und zwar wollte ich euch ein bisschen was erzählen warum heute jetzt kein ganzer vlog kommt und die kleine roomtour deswegen setze ich mich kurz hier hin ich hole mir kurz eine jacke und dann geht es weiter so leute das war die kleine roomtour wie angekündigt und jetzt kommen noch ein paar ansagen und ein paar infos für euch und zwar habe ich richtig oft bei instagram und bei youtube in den kommentaren gelesen nimmt auch die herausforderung von mazdaq wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe an und zwar hat er ein video gemacht und eine kampfansage gegen mich gemacht dass ich gegen seinen kleinen bruder kämpfen soll der auch mma macht und dass wir nicht boxen sollen sondern mma ein mma kampf machen sollen und viele haben gesagt nehmen die an macht das doch und ich habe schon mit ihm auf instagram geschrieben wir sind gerade ein bisschen am schreiben ich bin jetzt erst mal in amerika und hat noch andere projekte und sein kleiner bruder ist jetzt nicht wirklich ein youtuber deswegen aber mal gucken vielleicht machen wir es trotzdem da sind wir gerade drüber am schreiben und falls andere youtuber das jetzt sehen teilt das und schreibt jedem youtuber dass wir gegeneinander boxen können dieses format starten wahrscheinlich haben es alle mitbekommen ksi hat gegen joella geboxt und davor wollte ich das auch schon machen aber ich finde einfach keinen der das machen will also jeder youtuber kann sich angesprochen fühlen es ist kein dis ist kein angriff gegen euch ist das einfach ein cooles sport event ich würde auch denken dass viele dazu gucken werden und das ist ein krasses format werden kann und ja wer lust hat soll sich melden wenn nicht machen wir das halt mit mazdaqs kleinem bruder und ja das war es eigentlich schon zu dem thema zu dem thema warum heute kein blog aus amerika kommt wir haben heute erstmal alles geplant wie gesagt für das musikvideo was wir hier drehen für mein special den song den ich geschrieben habe deswegen haben wird erstmal alles geplant haben uns mit paar leuten getroffen und schon mal ja den dreh geplant wie gesagt und morgen kommen dann wieder normale blogs wie wir noch an was vielleicht gehen wir an skistand ich weiß es nicht wie das mit youtube ist ob man das hochladen kann dass es nicht auf 18 geschaltet wird weil ihr kennt ja die stars kinderfreundlich und so ja und morgen gehen wir auf jeden fall noch in die bronx in das gefährlichste viertel hier so in new york weil wir haben hier ein paar homies das sind so underground rapper hier aus new york die sind richtig chillig drauf und viele wissen von euch ich habe ja am 13 zweiten geburtstag und genau am 13 fliege ich von new york nach miami bleibt dann da für eine woche da wird natürlich auch ein teil vom musikvideo gedreht und freshe videos gedreht und danach fliege ich am 20 nach la für eine woche da werde ich mich wahrscheinlich noch mit ak treffen kennen auch einige von euch und vielleicht auch mit farid bang der ist auch gerade noch da mal gucken was sich da ergibt vielleicht machen wir ein video zusammen vielleicht auch nicht falls ihr den ersten blog noch nicht gesehen habt schaut ihn euch auf jeden fall an erster link in der beschreibung gibt mir mal euer feedback wie ihr den ersten blog fandet schreibt mal in die kommentare gegen welchen youtuber ich boxen soll dann versuche ich ihn auch mal zu kontaktieren oder spammt jetzt euren favoriten zu auf instagram auf youtube gegen wenig boxen soll oder ein mma kampf machen soll das wird nämlich denke ich über fresh und das war es auch schon mit diesem kurzen video heute mit der room tour mit der ansage mit den infos und morgen kommt wieder ein heftiger blog sowie der erste blog bleibt dran gibt einen daumen nach oben für das video ich würde sagen wir sehen uns morgen wieder haut rein